Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich bei uns alles mal um Diablo 4. Wir haben das Vorbesteller-Beta-Wochenende intensiv angespielt und präsentieren euch nun 20 Dinge, welche euch die Grundlage und das Wissen für einen perfekten Start in das offene Beta-Wochenende und dann natürlich auch in den Release von Diablo 4 garantieren. Es gibt zu Release 5 spielbare Klassen. Den Barbar, den Totenbeschwörer, den Zauberer, den Jäger sowie den Druiden. Euren Charakter könnt ihr hierbei individualisieren. Vom Geschlecht bis hin zur Frisur und der Hautfarbe ist einiges dabei. Wenn ihr die Hardcore-Option wählt, könnt ihr nach einem Tod nicht wiederbelebt werden und müsst euch einen neuen Charakter erstellen. Vor dem Start wählt ihr zudem noch eure Weltstufe. Wenn ihr nicht ein kompletter Neuling seid, wählt ihr am Anfang direkt Weltstufe 2. Dabei machen die Monster mehr Schaden, jedoch gibt es auch 20% mehr Erfahrung und Gegner lassen 15% mehr Goldfallen. Die Weltstufen könnt ihr jederzeit ändern, entweder im Hauptmenü oder ingame an der Weltstufenstatue. Das maximale Level ist Level 100 und zudem erhaltet ihr ab Level 50 für jedes Viertel, welches ihr in der Erfahrungsleiste füllt, einen Paragon-Punkt. Mit Paragon-Punkten erhöht ihr nochmal individuell diverse Stats oder verbessert eure Fähigkeiten. Diablo 4 spielt in Sanktuario, einer offenen Welt, in welcher ihr andere Mitspieler treffen könnt und gemeinsam in einer Gruppe oder nur nebeneinander Quests und Ereignisse bestreiten könnt. Es erwarten euch 5 Zonen. Der eisige, zersplitterte Gipfel, welches zugleich das Startgebiet ist, die Trockene Steppe, dessen Name Programm sein sollte, das waldige und düstere Skulls-Clan, Kedjistan, die Heimat diverser Magierclans und Dämonen, sowie Haviza, das tödliche Land voller Hexen und Sümpfe. Die Entwickler haben außerdem bestätigt, dass es auch wieder tief in die Hölle gehen wird. Nachdem ihr in der Welt angekommen seid und euren ersten Schritt gemacht habt, folgt dem Pfad und metzelt die ersten Gegner um. Die Monster skalieren hierbei mit eurem Level. Sobald ihr euer erstes Level abgemacht habt, bekommt ihr einen Fertigkeitspunkt. Um diesen zu vergeben, drückt ihr die A-Taste und sucht euch ein Talent aus. In Diablo gibt es einen Fertigkeitsbaum, in welchem ihr euch von oben nach unten bewegt. Ganz oben befinden sich immer die grundlegenden Attacken, welche ihr in aller Regel auf der linken Maustaste habt. Mit diesen generiert ihr meistens eure Ressourcen, wie zum Beispiel Wut beim Barbaren oder beim Jäger die Energie. In der zweiten Reihe erwarten euch auch schon die Basisfähigkeiten, mit denen ihr Ressourcen ausgibt. Mit unserem jungfräulichen Barbaren haben wir hier als Beispiel den Wirbelwind gewählt. Jede Fähigkeit lässt sich zudem noch verstärken. Ihr könnt eure Talente ganz einfach komplett kostenlos und jederzeit bis Level 15 verlernen und rumspielen. Anschließend kostet es Gold. Mit Rechtsklick auf einen Skill könnt ihr zudem einzelne Punkte verlernen, sodass ihr nicht immer alles neu verteilen müsst. Wir gehen in einem späteren Video separat auf alle Klassen und deren Fähigkeiten ein. Eure Tränke benutzt ihr mit der Taste Q. Diese regenerieren sofort sowie über Zeit etwas Gesundheit. Mit der Leertaste aktiviert ihr ein Drinnen. Dadurch könnt ihr zum Beispiel aus einem Flächenschaden frühzeitig rausspringen oder andere Arten von Damage vermeiden. Das Ganze hat allerdings eine kurze Abklingzeit. Des Weiteren könnt ihr mit der Leertaste Hindernisse überspringen, euch ducken oder andere Hürden überqueren. Ihr seht dazu ein Fußabdrucksymbol am Boden. Mit der T-Taste zieht ihr euer Startportal, wobei ihr euch auch jederzeit ganz einfach über die Karte an gefundene Wegpunkte teleportieren könnt. Diese öffnet ihr übrigens mit der Tab oder der Taste M. Hinzu kommt, dass ihr ganz einfach mit der rechten Maustaste ein Ziel markieren könnt. Anschließend wird euch auf der Haupt- sowie der Minimap ein Pfad angezeigt, welchen ihr ganz einfach bis zum Ziel folgen könnt. Außerdem seht ihr rechts eure Quests. Mit einem Linksklick könnt ihr dabei einen auswählen und gezielt verfolgen. Neben der Kampagne und diversen Nebenaufgaben gibt es Weltereignisse. Diese treten immer wieder an einigen Stellen auf der Karte auf, wofür es Erfahrungspunkte und eine Beutekiste als Belohnung gibt. Da das Ganze in einer offenen Welt stattfindet, können sich dabei auch andere Spieler beteiligen. Außerdem gibt es instanzierte Dungeons, welche ihr immer bis zu drei weiteren Mitspielern angehen könnt. Ihr seht sie auf der Karte anhand eines Tor-Symbols. Am Schluss des Dungeons gibt es sogar meist einen Bosskampf samt jeder Menge Erfahrung und vor allem Loot. Zusätzlich erhaltet ihr noch einen klassenspezifischen Aspekt als Belohnung. Das ist ein Affix, welches ihr euch beim Okkultisten auf bestimmte Rüstungsteile verzaubern könnt. Für welche Klasse es welchen Aspekt gibt, erkennt ihr, wenn ihr mit der Maus über das Symbol des Dungeons auf der Karte fahrt. Dazu aber später mehr. Es erwarten euch außerdem in der offenen Welt sogenannte Stützpunkte. Wenn ihr diesen in einem kleinen Event von seinen Schergen befreit, dann erscheinen dort Händler und ein kleines Dorf entsteht. Auch spezielle Dungeons oder Bossmonster werden euch dadurch zugänglich. Stützpunkte sind für euch bzw. eure Gruppe instanziert und werden erst dann öffentlich, sobald ihr diese erobert habt. Ab Stufe 15 gibt es die Klassenquests. Dadurch wird ein individuelles Talent freigeschalten. Beim Zauberer nennt sich das Ganze Verzauberung. Hier könnt ihr eine erlernte Fähigkeit eurer Wahl als Passiv setzen. Macht ihr das zum Beispiel mit eurem Teleport, so teleportiert ihr euch nun mit eurem Entrinnen. Setzt ihr eure gefrorene Kugel, dann besteht eine Chance von 20%, dass bei einer Grundfertigkeit eine gefrorene Kugel erscheint. So hat jeder Skill seinen passiven Effekt. Der Jäger bekommt eine von drei Spezialisierungen, wie zum Beispiel Kombopunkte oder innere Sicht, um nach Auffüllen für 4 Sekunden unendlich Energie zu haben. Der Barbar bekommt ein Arsenal-System, bei dem er vier Waffen gleichzeitig nutzen, um zum Beispiel spezielle Attacken mit seinem schweren Zweihand anstatt seiner beiden einzelnen Waffen ausführen kann. Der Druide erhält ein Spirit-Animal-System, bei dem er je nach ausgewählten Tier spezielle Boni bekommt und der Totenbeschwörer bekommt das Buch der Toten, mit welchem er seine beschworenen Diener deutlich anpassen und spezialisieren kann. Was natürlich in einem klassischen MMO nicht fehlen darf, jedoch im Diablo-Universum eher fremd war, ist das Besitzen von Reittieren. In Diablo 4 könnt ihr Mounts erwerben, die ihr sogar mit Rüstungen und Trophäen individualisieren und verbessern könnt. Jede Klasse hat zudem eine individuelle Up-Mount-Animation. Diese seht ihr auch gerade schon im Hintergrund. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns doch super gerne direkt einen Daumen nach oben und ein Abo da. Vielen Dank! Ihr habt des Weiteren die Möglichkeit, eigene Clans zu gründen. Hierbei könnt ihr ganz einfach Spieler eurer Wahl einladen, einen Rang vergeben, einen Status und Nachricht des Tages festlegen und sogar einen Clan-Banner erstellen und anpassen. Ihr habt sogar einen eigenen Clan-Chat ingame, um einfacher kommunizieren zu können. Eure Mitglieder tragen dann den Kürzel des Clans im Hauptnamen. Des Weiteren könnt ihr ingame mit der E-Taste ein interaktives Rad öffnen, mit dem ihr zum Beispiel Emotes wie Hallo oder Tschüss sagen könnt. Das komplette Rad besteht aus drei Seiten, welches komplett individuell angepasst werden kann. Ihr könnt ihr also auch ein Elixier auf ein Kürzel legen. Mit derselben Taste könnt ihr außerdem mit einem Mitspieler interagieren. Ihr könnt ihn zu einer Gruppe einladen, handeln oder auch ganz einfach mit einem Klick den Dungeon schnell und unkompliziert verlassen. In der Hauptstadt des jeweiligen Gebietes gibt es außerdem eine altbekannte Truhe, in der ihr nicht verwendete Gegenstände ablegen könnt. Zusätzlich gibt es noch eine Kommode, bei der ihr je nach Belieben das Aussehen oder Gegenstände anpassen könnt. Hier werden Muster geladen, welche ihr selbst schon getragen oder beim Schmied zerkleinert habt. Ihr könnt auch die Farbe ändern und euch oben via Ensemble eine Konfiguration abspeichern. Beim Punkt Aussehen gibt es noch einige Konfigurationen, welche ihr schon aus der Charaktererstellung kennen solltet. In der kompletten Welt könnt ihr sogenannte Altare von Lilith finden. Sie werden nicht auf der Karte angezeigt und ihr bekommt pro aktiviertem Altar einen Bonus auf einen spezifischen Wert. Der Bonus gilt für alle Charaktere. Das soll vor allem das Nachziehen von weiteren Charakteren beschleunigen. Pro Gebiet gibt es außerdem einen Regionsvorschritt. Wenn ihr die Tab-Taste drückt und anschließend auf W, dann wird euch euer Fortschritt im jeweiligen Gebiet dargestellt. Für das Erreichen von Etappen bekommt ihr neben Gold wichtige Fertigkeitspunkte oder andere Vorteile, wie zum Beispiel eine weitere Trankladung. Die Fertigkeitspunkte und die Trankladung zählen für alle Charaktere. Wenn ihr im Kartenhauptmenü auf Sammlung drückt, werden euch hier unter Kodex der Macht eure gefundenen Aspekte angezeigt. Das sind die, welche ihr am Ende eines Dungeons bekommt. Wenn ihr auf Herausforderung drückt, seht ihr eure erledigten Erfolge. Alle kürzlich abgeschlossenen werden auf der rechten Seite dargestellt. In Diablo 4 gibt es mal wieder einige Berufe, welche euch das Leben erleichtern werden. Es gibt den Schmied, bei welchem ihr Gegenstände klein machen und dafür Materialien bekommt, Items verbessern oder auch reparieren könnt. Beim Alchemisten wertet ihr in regelmäßigen Levelabständen eure Heiltränke auf oder mischt sogar eigene Elixiere an. Hier gibt es sogar Tränke, welche eure gewonnene Erfahrung erhöhen, schaut deshalb unbedingt frühzeitig vorbei. Beim Okkultisten könnt ihr die mehrfach erwähnten Aspekte auf Gegenstände packen. Dadurch könnt ihr euren Spielstil individualisieren und seid nicht von einem Item abhängig. Das Gute ist, ihr könnt via Aspekt extrahieren einen Aspekt entfernen. Als Beispiel, der Magier im Hintergrund ist auf einen Hydra-Bild ausgelegt. Hierfür benötigt er den Aspekt, eine zweite Hydra beschweren zu können. Wenn man nun wertetechnisch bessere Handschuhe findet, werde man weiterhin auf die alten angewiesen, da diese den benötigten Aspekt tragen. Da man den Aspekt allerdings extrahieren kann, kann man ganz einfach die besseren Handschuhe anziehen und den Hydra-Aspekt wieder aufspielen. Einen Nachteil gibt es allerdings, ein zweites Mal lässt sich der Aspekt nicht extrahieren. Ihr müsst also immer ein Item mit dem Aspekt finden, um ihn extrahieren zu können und einmalig auf ein anderes Item zu legen. Das gilt natürlich nicht für Aspekte in eurem Kodex. Ihr könnt außerdem bestimmte Werte eines Gegenstandes neu rollen lassen. Beim Juwelenschmied könnt ihr eure gefundenen Edelsteine aufwerten, Items entzockeln bzw. einen Sockel hinzufügen oder eure Ringe und Amulette aufwerten. Manche Berufe haben eine Level-Voraussetzung. So könnt ihr den Juwelenschmied erst ab Stufe 20 benutzen. In Diablo 4 erwarten euch außerdem zonenbezogene Weltbosse, welche mit etwas Glück extrem starke Gegenstände fallen lassen. Hierbei zoomt sogar eure Kamera heraus, um euch einen besseren Überblick zu gewähren. Steht hier auf keinen Fall in Flächeneffekten drin, andernfalls seid ihr vermutlich sofort tot. Die Bosses spawnen zum heutigen Stand noch zu gewissen Uhrzeiten. Im Endgame erwartet euch neben Weltbossen noch diverse andere Dinge, wie zum Beispiel Albtraum-Dungeons oder Höllenflut-Events. Dazu dann in einem späteren Video mehr. Auch eine Open-World-Pvp-Zone wird es geben, in der ihr euch mit euren Mit- bzw. Gegenspielern die Köpfe einhauen und eine spezielle Währung verdienen könnt. Solltet ihr stark genug sein, werdet ihr zu einem hasserfüllten Objekt, welches für andere Spieler auf der Minimap angezeigt wird. Überlebt ihr das Event, gibt es eine dicke Belohnung. Außerdem erscheint alle drei Monate eine neue Season, in der ihr von vorne beginnen könnt und euch auf der Rangliste beweisen könnt. Dazu gibt es einen kostenpflichtigen Season-Pass, bei dem ihr kosmetische Gegenstände verdienen könnt. Naja, immerhin nur kosmetisch. Wenn ihr Bock habt, bei unserer Mana-Crew mitzumachen, dann chillt doch einfach unserem Discord-Server, wählt eure Klasse und trete mit uns in Verbindung. Wir freuen uns auf euch.